Die LuxaMed GmbH ist Hersteller und Entwickler der LuxaMed Therapiesysteme. Seit 1999 arbeiten wir an der Entwicklung und Optimierung von therapeutischen und besonders nutzerfreundlichen zellregulierenden Therapiesystemen und an Lösungen, wie die verschiedenen Erkrankungen und Schmerzzustände in unserem Körper transparent und besser verständlich werden können. Zusammen mit dem Fraunhofer Institut haben wir schon seit mehreren Jahren Forschungen am Laufen, dieses medizinische Konzept noch erfolgreicher zu machen. Dabei stand die Produktqualität stets im Vordergrund. Die LuxaMed GmbH arbeitet nach der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 13485 für Hersteller von Medizinprodukten und ist international aufgestellt. Das Qualitätsmanagementsystem ist im Sommer 2014 durch den TÜV Nord zertifiziert und bestätigt worden. Im Jahr 2013 konnte sogar eine bisher einmalige Vergleichsstudie in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut veröffentlicht werden. Hierbei wurde die Nanophotonentherapie des LuxaMed auf die biologische und medizinische Wirksamkeit überprüft und gleichzeitig in ihrer postulierten Wirkung wissenschaftlich bestätigt. Das Modell HD 2000 vereint modernes Design mit nachhaltiger Qualität und wissenschaftlicher Erprobung in der praktischen Anwendung. Das perfekte Schmerztherapiesystem für Kliniken, niedergelassene Mediziner und Physiotherapeuten vereint die Vorteile der Vorgängergeräte mit den neuesten Erkenntnissen aus Medizin und Wissenschaft. Der LuxaMed HD 2000 entspricht den höchsten Qualitätsstandards und ist komplett made in Germany. In Kombination mit dem medizinisch zugelassenen Gerätetrolli ist die Behandlung in verschiedenen Therapieräumen einfach und ohne organisatorische Problematik möglich. Da LuxaMed sehr oft auch außerhalb von Praxen verwendet wird, haben wir ein weiteres Gerät entwickelt, welches für den mobilen Einsatz geeignet ist. Der praktische Koffer mit Rollen eignet sich optimal für den Außeneinsatz. Der HD 3000 bietet alle Funktionen und Möglichkeiten wie der HD 2000. LuxaMed GmbH – die Schmerztherapie für akute und chronische Schmerzen.